halli hallo mein lieben homies willkommen zurück zu gta so wir werden erstmal vorräte für meinen bunker holen damit der wert sich steigert aber erstmal müssen wir wieder hier am laptop dran so dann gehen wir erstmal auf versorgung und vorräte stehlen bestätigen ab geht die post so ein homie von mir wartet schon draußen hilft mir ein bisschen müssen wir machen okay wir gibt dich zum wäden kenyan alles klar und ich hoffe man nicht dass halt mit die vier hübscher aber ist die wir runterholen müssen um die vorräte zu holen weil diese mission die fattbärmte hat aber bei unserem glück natürlich wird es sie sein naja sie wird es nicht sagen so ich jump schon mal hier runter ach da sind doch glaube ich die wieder aus diesem komischen durch die halt nackten da die damit leuchtkugeln auf uns schießen verrückten aber egal machen wir sie platt die schon los die säcke da unten wenn man sich unten landen können direkt egal sind wir sind ja schon da sagen wir sagen rein jetzt gibt tümmel direkt attacke attentäter jetzt mal hier massaker an ich sage wir machen uns hier nackig wenn einfach zu gehen und dann fliegt mich alle die kleine springer hier wunderbar wo wir sind ja ist auch noch einer so ohne sein nimm mal schnell die produktionsvorräte haben wir und ab zum heli Und dann ab zum Bunker, dann sieht das schon mal sehr gut aus, ich würde sagen, da wollen wir mal eine schnelle Mission. Unser Mitarbeiter beeilt sich wieder nicht, nach der Zeit der Welt. Nach der Extraversion im niedrigen Halt nehmen wir den Zahlen, strapaziert gerne meine Nerven. So, ab zum Bunker und die Vorräte wegbringen. Die gingen auf jeden Fall flott. So liebe ich es. Kurze Video. Wie schnell hat es Spaß gemacht. Einfach wieder gezeigt, dass wir nur Killer sind hier. Ohne Probleme. Ich würde nie was anderes gemacht hätten. 100 Punkte Landung wieder hier hingelegt. Besser. Ab in den Bunker. Sehr schön, abgeliefert. Erstmal gucken jetzt, was unser Warenbestand sagt. So, wir haben 50.000 Vorräte, ein bisschen über dem Viertel voll. Würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen kurzen Cut. Und machen einen zweiten Teil, bis gleich mein Limon ist. So. So. So.